Fünf, haha, ausgezeichnet. Nach einer winzigen Umhörpause machen wir jetzt sofort weiter mit Johannes Filter. Ich freue mich sehr, dass Johannes es auch geschafft hat, hier zu uns in die Seabase zu kommen. Und Johannes spricht heute über automatisierte Filter, also Machine Learning und warum das auch rassistisch ist. Er ist freiberuflicher Softwareentwickler und Aktivist für Informationsfreiheit. Er hat Informatik studiert am Hasso Klassner Institut in Potsdam und ist generell viel in der ganzen Open Data, Open Knowledge Foundation Szene unterwegs. Wurde auch vom Prototype Fund für Software gefördert und stellt uns jetzt im Prinzip die Ergebnisse seiner Masterarbeit vor in Informatik zum Thema Machine Learning. Und du hast dein eigenes Mikrofon? Noch nicht. Okay, dann ist das deins. Okay, alles klar. Und da sind die Knöpfe. Dann danke schön, dass du da bist. Dein Applaus, Johannes Filter. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einführung. Ich bin Johannes Filter. Ich habe Informatik studiert und in meiner Masterarbeit mich viel mit so automatisierten Filtersystemen beschäftigt. Mehr so aus einer Machine Learning Perspektive, also aus einer sehr informatischen Perspektive. Und ich wurde auch noch vom Prototype Fund gefördert, um so grob auf Kommentaren zu arbeiten. Genau, meine Filter, über die ich jetzt hier rede, da geht es um Text. Es geht also nicht um Uploadfilter. Da gibt es ja gleich auch noch einen Vortrag zu. Und genau, beginnen wir. Es beginnt beim Hass. Also warum braucht es überhaupt Filter? Es gibt Hass im Internet. Der kommt vor allem von rechten Personen und erzielt auf Menschen mit dunkler Hautfarbe ab, auf Frauen, auf Klimaschützerinnen oder andere Personen. Und weil es so einen großen Ausmaß angenommen hat mit diesem Hass, sind Zeitungen, die früher angeboten haben, zu kommentieren, dazu übergegangen, einfach die Filterfunktion komplett abzustellen. Und auch Facebook und Twitter haben große Probleme mit dieser großen Mengen an Text, die täglich darauf produziert werden. Und aus diesem Grund hat Facebook ein großes Interesse daran, das zu automatisieren. Und Mark Zuckerberg glaubt auch, dass das irgendwann möglich ist, mit AI, also künstlicher Intelligenz oder genauer gesagt Machine Learning, diesen Hass wegzufiltern. Wenn das jetzt nicht automatisiert passiert, dann müssen sie das Menschen machen. Da gab es auch eine Doku zu, die Personen gezeigt haben, die auf den Philippinen das gemacht haben. Sie haben sehr viel Videos. Okay, ich muss mich umpratizieren. Genau, die haben sehr viel auf Videos und Bilder gearbeitet. Das gleiche ist aber auch auf Text möglich. Die Moderatoren sitzen nur teilweise auch in Deutschland. Aber tendenziell ist es für Facebook schon ein Problem, so viele Leute zu beschäftigen. Und Facebook möchte einfach die Kosten minimieren und deswegen soll das automatisiert passieren. Generell ist es natürlich auch nicht schön, wenn sich Menschen viele Stunden am Tag mit solchen Hass auseinandersetzen müssen. Und dieses ganze Problem mit Hass im Internet, das gibt es schon jetzt auch länger. Deswegen gab es 2017 von Google ein Projekt, das sich der Sache angenommen hat. Sie haben unter so einem Spin-Off verschiedene Machine Learning Verfahren auf Text angewandt, um Moderatoren zu unterstützen. Konkret haben sie mit der New York Times oder der Zeitung El Pais zusammengearbeitet. Und ein Produkt aus dieser Zusammenarbeit ist eine API. Die nennt sich Perspective API. Das ist also eine Schnittstelle, mit der können Programmierer einen Text an Google senden. Und Google antwortet dann und sagt dann, ist das ein toxischer Kommentar, also so ein Hasskommentar oder nicht. Und genauer genommen antworten sie nicht binär, sondern sie geben einen Score. Einen Wert zwischen 1 und 100. Und schon damals, 2017, da konnte man das richtig noch auf der Webseite ausprobieren. Also da konnte man so Text eingeben und da konnte man gucken, okay, was ist denn jetzt so der Score für diesen Text. Und schon damals ist aufgefallen, dass bei sehr simplen Phrasen das schon Probleme hatte. Also bei der Phrase All Lives Matter ist der Kommentar zu 17% toxisch. Hingegen bei der Phrase Black Lives Matter 52%. Und bei diesen Phrasen, wo nur ein Wort vertauscht ist, kann man sehr gut erkennen, okay, also Black ist, da passiert irgendwas im Hintergrund. Also Black ist ganz stark negativ konnotiert in dieser Welt der Maschinen. Und das ist von 2017. Vor kurzem, 2020, hat die NGO Algorithm Watch auch eine Analyse gemacht. Sie haben auch so eine Phrase reingegeben und die Person immer so ein bisschen variiert. Und die Phrase hier, auch englisch, war Und statt Black Man haben sie dann auch Black Woman, Homosexual Man, German Man genommen. Und auch hier, auch 2020, ist das Resultat, dass einfach Black, einfach das Attribut, dafür sorgt, dass eine Phrase einfach als toxisch eingestuft wird. Angefangen hat es mit Englisch bei der Perspective API. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Und auch beim Deutschen sind so die Ergebnisse noch krasser. Also die Phrase, mein Beitrag kann vielleicht etwas bringen. Hier ist meine Geschichte als schwarze Frau, ist zu 72% als toxisch eingestuft. Genau, auch schwuler, schwarzer Mann, Araber, Lesbe. Hingegen, also zum Beispiel deutscher Mann ist nur bei 12% oder Französin bei 6,9. Genau, letztendlich wissen wir nicht ganz genau, was passiert, was Google macht. Wir können nicht wirklich reinsehen. Google sagt nicht alles, was sie machen. Man kann aber schon sehr klar erahnen, was sie machen. Und es gibt auch Personen, die da auch in Blogs dazu schreiben, dass sie auch mit Leuten gesprochen haben, die bei Google daran arbeiten. Das kommt alles aus so einem Fachbereich, die Abkürzung ist NLP, das steht für Natural Language Processing, auf Deutsch Computer Linguistik. Und ich habe mich auch mit diesem Fachgebiet beschäftigt in meinem Studium. Und das ist so, Informatiker und Linguisten arbeiten an automatisierter Auswertung von Sprache. Und jetzt, wenn wir jetzt so einen automatisierten Filter bauen wollen, ganz naiver Ansatz wäre einfach, okay, wir schreiben eine große Liste auf an allen Stichwörtern, an allen Schimpfwörtern, die es im Deutschen gibt. Und dann sagen wir, wenn dieses Stichwort auftaucht, dann ist es ein Hasskommentar, dann filtern es wieder raus. Ist natürlich sehr einfach auszutricksen. Also Menschen sind ja kreativ. Und auch mit kleinsten Änderungen könnten wir schon dafür sorgen, dass diese Stichwörter umgangen werden. Nun könnte man natürlich sagen, okay, dann schreiben wir einfach alle Variationen, die wir uns ausdenken, aus. Tendenziell fällt uns wahrscheinlich aber immer noch irgendwas ein. Und selbst wenn wir das so machen würden, würde es ja bedeuten, dass diese Wörter komplett gestrichen werden aus dem Wortschatz, der im Internet überhaupt auftauchen könnte. Also er könnte weder in indirekter Rede noch ironisch, satirisch oder sonst was benutzt werden. Deswegen versucht man eigentlich mit Natural Language Processing mehr so dieses Verstehen in so ein System reinzubringen. Also die Maschine, die hat natürlich kein Gehirn und kann nicht wie ein Mensch funktionieren. Man versucht aber natürlich menschliche Entscheidungen zu imitieren. Und da auch diese Bedeutung der Sprache zu entschlüsseln sozusagen. Und das versucht man also heutzutage mit Machine Learning, dem anderen Begriff AI, auf großen Datenmengen Analysen zu machen. Das heißt also nicht die Programmiererinnen denken sich eine lange Liste aus, sondern man nimmt große Datenmengen und die Maschine soll selbst die Bedeutung von Wörtern erlernen und dann darauf weiter ein Modell zu entwickeln. Und genau jetzt, wir sind jetzt, ich bin jetzt ganz klar auf dem Arbeit auf Text. Also es gibt auch auf Bildern oder Videos, aber da rede ich jetzt nicht drüber, es geht bei mir nur um Text. Und da folgt man so Arbeiten, die Linguisten schon in den 1950er Jahren aufgestellt haben. Da gibt es so ein Theorem, you shall know a word by the company it keeps. Da geht es halt darum, dass man die Bedeutung eines Wortes darüber erkennen kann, in welchen anderen Wörtern es im Kontext auftaucht. Das ist sehr abstrakt, deswegen jetzt am Beispiel, ich habe jetzt hier drei Phrasen. Ich esse gerne Fisch, ich esse gerne Bananen, ich esse gerne Brot. Fisch, Bananen und Brot, die Wörter, die kommen in dem gleichen Kontext vor. Der Kontext ist in diesem Fall, ich esse gerne. Und wenn man das jetzt auf ganz großen Textbängen macht, kann durch Machine Learning das System schon verstehen, dass Fisch, Bananen und Brot irgendwas miteinander zu tun haben. Es versteht natürlich nicht, dass es Lebensmittel sind, aber es merkt schon, okay, es kommt immer in den gleichen Kontexten vor, irgendwas muss halt special sein. Und genau, dazu braucht man große Textbängen, also wir reden hier von Milliarden von Text, da benutzt man zum Beispiel Wikipedia, die gesamte englische Wikipedia. Google hat zum Beispiel Zugerufen auf alle E-Mails, die jemals über Gmail geschickt wurden. Oder auch die New York Times hat Kommentare, die man dazu benutzen kann. Also die New York Times verkauft zum Beispiel auch die Kommentare. Also ich könnte jetzt hingehen und sagen, bitte gebt mir alle eure Kommentare, ich möchte Machine Learning machen. Genau, deswegen, ich will jetzt nochmal kurz konkreter reingehen, so ein bisschen anschneiden, was genauer da passiert in diesem Verfahren. Also man fängt an mit so einem Satz, splittet ihn auf in so Wörtern. Und dann, das passiert mit so einem besonderen Computerprogramm, das ist keine Magie, das funktioniert halbwegs. Und was man dann macht ist, man zählt einfach wirklich Wortpaarung. Also hier in dem Beispiel, in dem Satz, ich esse zum Beispiel gerne Bananen, geht man über jedes einzelne Wort rüber und schaut an, okay, mit einem Abstand von zwei, welche Wörter kommen noch vor? Also jetzt zum Beispiel, in dem ersten Fall, ich esse, merkt man sich, okay, ich esse, eine Wortpaar. Dann, ich zum Beispiel, ein Wortpaar. Nächste Zeile, es zum Beispiel, esse gerne. Und das macht man auf ganz vielen Texten und dann durch sehr viel Magie kommt man dazu, dass es irgendwann Wörter gibt und zu den Wörtern hat man Vektoren. Das ist einfach nur sehr viele Zahlen. Also zum Beispiel 300 Zahlen zwischen Minus 1 und 1. Und diese Verfahren, die wurden über Jahre von Informatikern und Informatikerinnen entwickelt. Und sie haben halt das Ziel, diesen Text, ein Computer kann ja nicht mit Text arbeiten, er kann aber mit Zahlen arbeiten, einfach diese Wörter in Zahlen umzusetzen. Und wenn man jetzt auf einmal diese Zahlen hat, dann kann man so Sachen machen wie, okay, ich möchte zu einem Begriff, zum Beispiel hier Auto, alle ähnlichen Wörter bekommen. Und ähnlich bedeutet in diesem Fall aber Begriffe, die in ähnlichen Kontexten vorkommen. Also bei Auto ist das zum Beispiel Fahrzeug, Pkw, Fahren, Fahrrad. Man merkt aber schon, dass es von dem eigentlichen Begriff Auto immer ein bisschen weiter weg geht, wenn man zum Beispiel ganz unten KM, also für Kilometer oder auch Fahrrad hat. Und genau, ich habe jetzt nochmal ein bisschen schematische Darstellung, wir konzentrieren uns erstmal auf den linken Teil. Also wir haben jetzt gezeigt, wie man aus Wörtern Zahlen macht, auf großen Textmengen. Und das ist auch der Grund, warum diese Filter einfach rassistisch sind. Weil sie auf großen Textmengen trainiert werden, in denen Beleidigungen vorkommen und in denen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Und dadurch lernt einfach auf diesen großen Textmengen dieses Machine Learning, dass Schwarz einfach negativ konnotiert ist. Weil Schwarz in diesen Kommentaren halt oft als Beleidigung vorkommt. Und das ist eigentlich der Grund so, warum diese rassistisch sind. Und ja, das nennt man Bias, also das. Und das ist auch bekannt. Das ist, da gibt es sehr viele Arbeiten zu. Und es gibt auch sehr viele Arbeiten, die das wieder aufdröseln wollen. Also die wollen versuchen, diesen Bias zu entfernen. Hier habe ich zum Beispiel ein Paper mitgebracht aus 2019. Das zeigt, dass es nicht gut funktioniert, diesen Bias aufzulösen. Genau, diesen anderen Teil von Machine Learning, das klammere ich jetzt ein bisschen aus. Da kann ich, wenn es Fragen gibt, noch mehr zu erzählen. Das Wichtigste ist einfach zu verstehen, dass auf diesen großen Textmengen was analysiert wird. Genau, jetzt habe ich noch eine Folie. Die habe ich so, damit es nochmal steht. Da steht, Rassismus, automatisierte Filter sind rassistisch, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Um das auch nochmal klarzustellen, natürlich das Machine Learning ist jetzt nicht rassistisch, aber es repliziert einfach nur diesen Rassismus, der auf diesen Plattformen zu Hause ist. Jetzt nochmal ein kurzes Fazit von mir. So faire automatisierte Filter zu erstellen, ist einfach wirklich schwer. Meine persönliche Meinung ist aber, dass kein Filter noch keine Lösung ist, weil sonst kommen wir dazu, dass Zeitungen ihre Kommentarfunktionen einfach komplett abschalten und es wahrscheinlich Twitter oder Facebook in dieser Form, wie es es jetzt gibt, auch überhaupt nicht geben kann. Aber natürlich bin ich ganz klar der Meinung, dass diese automatisierten Filtersysteme unter Aufsicht passieren. Also, dass es ein Monitoring gibt, also intern, aber auch extern durch zum Beispiel NGOs oder zum Beispiel Algorithm Watch, dass sie Förderung bekommen und auch einfach mehr Forschung notwendig ist, um diesen Bias noch mehr zu entfernen. Und da muss man auch zu sagen, dass Facebook und Google, diese Perspective API, teilweise auch selbst sieht, dass es rassistisch ist und sie selbst auch sagen, ja wir geben unser Bestes, bitte benutzt es nicht für automatisierte Filtersysteme, bitte benutzt es nur praktisch, dass ein Mensch die letzte Entscheidung gibt. Es ist natürlich die Frage, ob das in der Praxis so umgesetzt wird. Und ich finde schon auch, Google könnte sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist jetzt ein Slide auf der Google-Seite, wo sie selbst auch sehen, dass Black, also da, wo es dunkel ist, das sind so Begriffe, wo das einfach nicht gut funktioniert, sozusagen, dieses System. Also sie wissen selbst, bei welchen Begriffen das nicht funktioniert. Und meine persönliche Meinung ist, dass sie auch einfach teilweise bei solchen Sachen einfach manuell das noch fixen können. Aber wahrscheinlich wollen die das nicht. So interpretiere ich das. Genau. Das ist ja Ende meiner Vortrags. Habe ich noch Zeit? Achso, ich wusste jetzt gar nicht. Genau, was kann ich noch erzählen? Genau, ich bin ja einmal kurz rüber. Genau. Genau, ich habe hier einmal kurz rüber geskippt über so eine Folie. Da geht es nochmal so ein bisschen um auch die unterschiedlichen Arten von Machine Learning vielleicht so ein bisschen zu erklären. Es gibt so zwei grundsätzliche Ansätze. Das eine geht halt wirklich, okay, wir haben riesen Textmengen und wir benutzen die einfach und machen irgendwelche krassen Analysen drauf, ohne dass dann ein Mensch nochmal rüber sieht. Also nochmal die Daten annotiert. Das ist halt in dem Fall diese ganzen, ja, Milliarden von Textschnipsel. Und das andere ist, dass es noch so eine Art gibt, wo man sich dann meinetwegen tausend oder zehntausend Kommentare nochmal manuell raussucht und dann von Menschen nochmal annotiert. Also dass Menschen nochmal rüber gehen und halt sagen, okay, da ist Hass drin, da ist kein Hass drin. Und das ist halt immer so ein Zusammenspiel bei diesen. Also auf der einen Seite bringt man erstmal diese Wörter in Zahlen und dann muss man, genau, trainiert man so ein Machine Learning Modell am Ende mit diesen trainierten Daten und versucht da einfach das beste Ergebnis sozusagen rauszuzielen. Also das Machine Learning Modell muss auf diesen Trainingsdaten halt, sollte das am besten alles richtig erkennen. Und das wird das Modell so lange angepasst, automatisiert, bis es halt schafft. Und ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit auch, als ich da gearbeitet habe, so ein paar Vorschläge gemacht, dass man bestimmte Begriffe einfach löscht aus Kommentaren. Also man könnte ja anfangen und sagen, schwarz wird einfach ersetzt durch einen Token, so einfach so ein X. Oder alle Länderbezeichnungen werden gemacht. Da waren ich jetzt nicht so überzeugt von, weil das sorgt nämlich dafür, dass das allgemeine Machine Learning Modell schlechter performt. Das heißt also, dass die Genauigkeit drunter geht bei einem Modell. Und in diesem Machine Learning Bereich, da geht es halt wirklich nur, wie krass genau ist so ein Machine Learning Modell. Und das ist glaube ich auch meine Erklärung, warum ich denke, dass Google das einfach nicht machen wird. Weil sie wollen halt möglichst genau sein, also sie zählen auf diese Metrik ab, Genauigkeit. Und da ist es dann teilweise, interpretieren die das so, okay, wir können das halt nicht manipulieren sozusagen, wir können nicht diese Daten rausnehmen. Ich persönlich finde es aber fairer, wenn man sagt, okay, wir nehmen diese ganzen schwierigen Begriffe einfach raus. Und dann performt es man wegen schlechter, aber es ist dann schon irgendwie fairer für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, damit schließe ich jetzt meinen Vortrag. Danke Johannes, das war sehr, sehr spannend. Wir haben schon direkt Wortmeldungen hier. Ich gebe euch im Stream wieder die Gelegenheit, eure Fragen in Twitter reinzutippen unter dem Hashtag NPA095. Und hier habe ich Meldungen. Willst du anfangen? Gerne. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr spannende Einblicke. Meine Frage wäre, kann man Maschinenlernsysteme hacken? Also Beispiel Google-Übersetzungen. Da gab es mal Aktionen, wo ein Stichwort, meinetwegen Urheberrecht, immer von ganz vielen Leuten als falsch übersetzt, markiert worden ist. Und die richtige Übersetzung ist Upload-Filter. Und dann hat man nach einer Zeit tatsächlich gesehen, dass Google Translate das dann sozusagen richtig, also Copyright mit Upload-Filter übersetzt hat. Gibt es so eine Chance bei Maschinenlernsystemen, dass man jetzt diesen negativ besetzten Begriff Black sozusagen in einer großen konzertierten Aktion als positiv aufwertet? Also indem man Black in positiven Kontext, das wundert mich eigentlich. Ich meine, gerade zu Black Life Matters hat es so viel Solidarität und so viele positive Äußerungen gegeben in Kommentaren im Netz jetzt in den letzten Wochen, warum das nicht angepasst wird. Achso, und noch Zusatzfrage, diese Maschinenlernsysteme, das was hier von Google, was du gezeigt hast, lernen die tatsächlich in situ oder lernen die sozusagen im Hintergrund und werden dann immer mal wieder überprüft und dann wird sozusagen die neue Version live geschaltet oder lernen die tatsächlich live? Ich fange mal mit der letzten Frage an. Die lernen nicht live, also die werden regelmäßig geupdatet und dann kriegt man ein neues Modell, kann es benutzen. Ob man jetzt diesen Begriff praktisch, also man kann auch bei dieser Perspective API, wenn es ein schlechter Wert ist, kann man praktisch da raufklicken und sagen, oh, das ist nicht richtig. Das ist kein Hasskommentar oder sonst was. Das kann man natürlich machen, aber damit arbeitet man kostenlos für Google, wenn man das macht. Ich glaube aber, diese negative Konnotation von einfach diesem Begriff Schwarz, der da einfach noch drin ist, ich glaube, das kriegt man dadurch nicht weg. Weil das einfach, weil der Schwarz kommt ja dennoch in diesen Kommentaren einfach, ist ja dennoch Bestandteil einfach und immer, ja, so in dieser Nähe von diesen Beleidigungen. Deswegen ist es halt schwierig. Und ich bin mir 100% sicher, dass Google sehr viel auch schon implementiert hat an so Bias entfernen. Also das ist ja schon, die sind da schon bewusst, dass das Problem da ist. Und dann kann man wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, Reset jetzt alles und wir fangen nochmal neu an. Nee. Wir haben noch eine weitere Frage hier und dann schaue ich gleich ins Netz. Ja, danke für den Vortrag. Aber das, was ich jetzt gehört habe, das sind ja im Grunde genommen nur bessere Bias-Filter mit noch ein bisschen Mathematik dann dabei. Das kenne ich eigentlich schon vor 30 Jahren, da gab es noch AOL und so. Gibt es denn die Möglichkeit, oder gibt es zumindest Verfahren, die wirklich intelligent sind? Also die jetzt nicht diese einfache Intelligenz haben, sondern die auch wirklichen Kontext ermitteln können? Genau, es gibt, also ich habe jetzt so ein Verfahren kurz präsentiert, da geht es um so Word-Embeddings, die sind jetzt schon ein bisschen oldschool. Es gibt auch neuere Verfahren, die sind so mit Language Models heißen die. Da versucht man noch, die sind halt besser als auf jeden Fall und die versuchen noch mehr Kontext mit reinzunehmen. Also da gibt es nicht so eigene Begriffe, sondern da geht es auch schon darin, also längere Wortketten sozusagen in diese Entscheidung mit einzubeziehen. Sie beginnen aber alle bei diesem Ansatz zu sagen, man könne Bedeutung darüber herleiten, indem man uns halt diese Kontexte ansieht. Das ist der Bestandteil von all dem, allen, was es aktuell gibt so, zu dem ich zumindest in dieser Mainstream Natural Language Processing kenne. Ja, deswegen so diese richtige Intelligenz, also auch so Richtung, ja. Was ist mit TensorFlow zum Beispiel? Die Frage ist, was mit TensorFlow von Google ist? Was mit TensorFlow ist? Ja, TensorFlow ist ja so eine Library, die verschiedene Sachen implementiert. Also man kann mit TensorFlow auch sowas machen. Aber jetzt so, also ich glaube, ich persönlich sehe nicht da eine krasse Intelligenz. Und der Unterschied zu vor 30 Jahren ist wahrscheinlich auch nur die Datenmenge am Ende. Genau, ganz genau. Es gibt jetzt halt viel mehr Daten auch durch das Internet, also die halt auch frei verfügbar sind. Hier ist eine Frage, wer bestimmt denn die zu filternen Begriffe und wie wird dies kontrolliert? Und das kann man wahrscheinlich in drei Stunden auch beantworten, je nachdem. Ja, ich meine, wie wird es kontrolliert? Ich glaube, kontrolliert wird es halt genau das, was Algorithm Watch gemacht hat. Also oder auch wirklich systematisch sich ein paar Phrasen überlegen, in die API schießen und dann halt gucken, okay, was kommt raus. Also ich glaube, das macht Google auch intern, dass sie halt gucken, was da rauskommt. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Tendenziell kann man auch sagen, Google müsste einfach alles offenlegen. Also ich glaube, das ist schon eine radikale Forderung, also zu sagen, okay, sie müssen einfach alles erklären, was da passiert. Weil bis jetzt erklären, es ist halt nur sehr oberflächlich, was da genau passiert. Ja. Ja, da gab es eine Frage. Genau, noch eine Nachfrage dazu, was so die Untersuchungen zu Trefferquoten angeht. Und also kann man irgendwie einsehen, wie viele falsche Treffer es zum Beispiel gibt und wie sowas dann veröffentlicht wird? Also das macht Google. Google hat so ein paar Charts aufgelistet, wo sie zeigen, wie genau das ist. Und die Werte sind sehr hoch bei Google. Ja, aber muss natürlich auch überprüft werden. Und es ist halt dann auch mal die Frage, ob das alles auf Deutsch funktioniert. Also weil primär ist halt viel auf Englisch, da gibt es halt super viel, aber auf Deutsch anzuwenden ist dann nicht so einfach. Genau. Am Ende kommt es dann auch immer auf die Menschen an, die entweder das Machine Learning betreuen oder eben auch kontrollieren. Und wie divers auch die Betreuenden dann wiederum sind. Ja. Noch eine Frage. Doch Jan, wegen der Frage der Kontrolle oder der Transparenz. Eine Zwischenlösung wäre ja, also statt Google muss alles offen machen, ein Algorithmen-TÜV. Also irgendeine vertrauenswürdige Instanz, denen sie diese Sachen dann offenlegen müssen und wo auch kompetente Leute dann natürlich da drauf gucken können. Frage, ist das eine interessante Idee? Und grundsätzliche Frage, ist das bei Maschinenlernen-Algorithmen überhaupt möglich, im Nachhinein auf sowas drauf zu gucken für Außenstehende und da etwas zu prüfen? Ja, das geht so in diese Richtung Explainable AI. Das ist auch ein riesen Forschungsgebiet, die das halt machen wollen, dann besser verstehen, wieso diese künstlichen neuronalen Netze funktionieren. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die funktionieren. Das bleibt aber ein Forschungsfeld, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir damit irgendwie alles erklären können, was jetzt die Maschine kann oder nicht. Das ist einfach ein schwieriges Themengebiet. Ja, so ein TÜV. Ja. Ich sag mal ja, klar. Warum nicht? So, keine Ahnung, wie gut Software-TÜV funktioniert. Ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, finde ich ehrlich. Das ist dann wahrscheinlich der Uni-Hut und der Aktivisten-Hut, die auch verschiedene Antworten haben. Genau, ich habe noch nicht so eine Folie vergessen. Will ich noch kurz Werbung machen für das Werbung für mein Prototype Fund-Projekt, gefordert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Genau, da habe ich das noch ein bisschen mehr erklärt, ein bisschen detaillierter. Genau. Genau, das war's. Für alle, die das jetzt gerade nicht lesen können, das heißt kommentare.vis.one, da könnt ihr das aufmachen. Schaltest du selber um? Nein, okay, dann mache ich das. Dankeschön, Johannes. Vielen Dank.